Hallo liebe Leute, schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Ihr fragt euch sicher, was ihr hier findet. Tja, im Großen und Ganzen findet ihr hier jede Menge Spaß. Ihr findet Aufnahmen von mir oder von meinen Streams, wo ich Spaß habe und woran ihr hoffentlich auch Spaß habt. Ich versuche euch ein Gameplay zu bringen, indem ich hoffentlich etwas Fähigkeiten in dem Spiel beweise und euch zeige, damit ihr vielleicht noch was lernen könnt und Spaß dabei habt, mir zuzuschauen. Wenn du genug Leute zerstörst, gibt's Punkte. Echt jetzt? Ja, beim fünften Kill oder so, kriegst du Punkte. Ich mach auch Ballkamera raus, ich meine, das nehme ich jetzt richtig seriös im Problem, dann finde ich den Kommentar mal so hingefahren und dachte mir, hm, wie kann ich mich jetzt am besten wirksam hier hinstellen? Hier hab ich dann oben drüber gelinst und hab mir gedacht, oh, das, das, ja, das sieht gut aus. Da ist so ein Hügel, wo sie nicht durchschießen können, dann stelle ich mich doch dahinter. Auch wenn der Gudo-Hunterzähler mich hier anschiebt, äh, ich bleib hier jetzt dahinter stehen und warte auf die Gegner. Alles klar, die Polizei jagt mich einfach mal, ohne dass ich einen Stern hab. Nice. Ich hab einen Freund, einen Polizeifreund, der fährt mit mir mit. 11 zu 8, das sieht ziemlich hindurch aus. Ich meine, 2000 Schaden nicht zu verachten gegen 10er, die vor mir standen, 2000 Schaden zu machen mit einem 8er, auch wenn es ein Premium ist. Weil, wie gesagt, ich spiel hier kein Gold, ich spiel hier nur die normale AP-Munition. Also alles ohne großen Aufwand machbar. Warum ist eine Sion der Sterblichen ein Schleier für die Ungedeutsamkeit? Ach, das ist Zweierteams. Ne. Ja. Ja, das ist ein durch Zweierteams. Also zwei Teams. Eher. Ja, das ist ein durch.